Mark Robin spoilert, für ihn und Michelle wird es wohl kein Happy End geben. Das ehemalige Paar wollte seine Beziehung bei Temptation Island eigentlich festigen, letztendlich kam aber alles ganz anders. Der Schweißer ließ sich von der Verführerin Laura um den Finger wickeln und ging seiner Partnerin fremd. Daraufhin gab die Bauzeichnerin dem Tattoo-Liebhaber den Laufpass. Nun verrät Mark Robin, er und Michelle werden wohl nicht wieder zueinander finden. In einem QA auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob Mark Robin es nochmal mit Michelle probieren würde, wenn sie ihm noch eine Chance geben würde. Nein, antwortete der Influencer und fügte hinzu, mir stand da selbst zu viel im Weg. Das hätte ich weder ihr noch mir antun wollen, kann es mir auch bis heute nicht selbst verzeihen. Darum könnte er mit Michelle nicht mehr zusammen sein, selbst wenn sie es wollte. Ich kann das nicht vergessen. Hört sich vielleicht komisch an, aber ich denke, der ein oder andere versteht es, betonte Mark Robin zum Schluss. Damit verriet er wohl, dass es für ihn und Michelle nach den Dreharbeiten kein Happy End mehr gab. Bis zum nächsten Mal.